Ein wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen bei uns zu Gast Laura Wilde und sie ist auch am Samstag mit dabei beim Schlager Olymp. Ja ich darf dabei sein am 13. August beim Schlager Olymp. Ich freue mich wahnsinnig. Am kommenden Samstag kommt alle vorbei und das coolste, es gibt auch noch Karten auf radiopaloma.de. Also sichern sie sich die. Bis am Samstag. Tschüss tschüss.